Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch die UHD-Blu-Ref-Veröffentlichung von James Camerons Allianz – Die Rückkehr vorstellen. Diese wurde am 26.04.2024 von Leonine veröffentlicht. Enthalten ist hier die Kinofassung von 1986 und auch die Special Edition von 1990, welche 17 Minuten zusätzliches Material beinhaltet. Hier dann einmal der Buchrücken, gefolgt von der Rückseite. Dort sehen wir ein Szenenfoto, die Inhaltsangabe sowie auch die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier einen Audiokommentar. Bei der Special Edition gibt es auch eine Einführung von James Cameron. Eine isolierte Filmmusikspur, die Featured, die Inspiration und das Design von Aliens – Die Rückkehr. Sowie überlegene Feuerkraft, die Entstehung von Aliens – Die Rückkehr. Und wir erhalten auch noch einen Einblick in die Vor- und Nachproduktion von dem Bild- und Videomaterial. Dann packen wir das Ganze jetzt einmal aus. Und wie True Lies haben wir auch alles hier in einem Schuber noch drin. So, dann einmal das Cover des Schubers aus der Nähe. Ja, und wie bei True Lies ist leider der FSK-Flatschen aufgedruckt. Hier die Rückseite. Dann holen wir die eigentliche Hülle mal aus dem Schuber raus. Und wir sehen, beides hat das gleiche Design. Und das gleiche trifft natürlich auch auf die Rückseite zu. Da haben wir einmal die UHD. Und hier einmal die Blu-ray. Und daneben auch die andere Blu-ray mit dem Bonus. Ach ja, und Leonine gönnt auch kein Wende-Cover. Aliens – Die Rückkehr ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1986, der von James Cameron inszeniert wurde. Es ist die Fortsetzung des Films Alien – Das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1979 und somit der zweite Teil der Alien-Filmreihe. Aliens wurde von der Kritik hochgelobt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Darunter zwei Oscars für die besten visuellen Effekte und den besten Tonschnitt. Die Handlung spielt 57 Jahre nach den Ereignissen von Alien und folgt der Protagonistin Alan Ripley, gespielt von Sigourney Viva, die aus dem Kryogenschlaf aufwacht und herausfindet, dass der Planet, auf dem sie und ihre Crew das Alien entdeckt hatten, mittlerweile kolonisiert wurde. Als der Kontakt zur Kolonie abbricht, wird Ripley gebeten, als Beraterin eine Gruppe von Marines zu begleiten, die zur Rettungsmission entsandt wird. Einer der Gründe für den Erfolg von Aliens ist das Drehbuch von James Cameron, das eine spannende Mischung aus Action, Horror und Science-Fiction bietet. Der Film knüpft sowohl an die Ereignisse von Alien an, indem er die Geschichte von Alan Ripley fortführt, als auch an das Thema der psychologischen Belastung durch traumatische Ereignisse. Ripley muss sich nicht nur erneut mit den Aliens auseinandersetzen, sondern auch mit ihrer eigenen posttraumatischen Belastungsstörung als Überlebende des vorherigen Angriffs. Ein weiterer entscheidender Faktor für den Erfolg von Aliens sind die bahnbrechenden visuellen Effekte des Films. Die Kreaturen-Designs von Stan Winston sind ikonisch und haben das Genre des Transfiction-Horrorfilms nachhaltig geprägt. Die Darstellung der Alien-Königin, die im Finale des Films gegen Ripley kämpft, gilt als eine der besten animatronischen Kreationen der Filmgeschichte. Darüber hinaus verleiht die Musik von James Horner dem Film eine düstere und bedrohliche Atmosphäre. Die Filmmusik trägt dazu bei, die Spannung zu erhöhen und die Emotionen der Charaktere zu verstärken. Besonders das Hauptthema von Aliens, das von einem tiefen, pulsierenden Synthesizer getragen wird, ist einprägsam und oft im Zusammenhang mit dem Film zitiert. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Films ist die Charakterentwicklung und die Leistung der Schauspieler. Sigourney Weaver liefert eine beeindruckende Performance als Alan Ripley, die zu einer der ikonischsten und wegweisendsten weiblichen Actionheldigen der Filmgeschichte wurde. Die Chemie zwischen ihr und den anderen Darstellern, darunter Michael Biehn, Bill Paxton und Lance Hendrickson, trägt dazu bei, dass die Zuschauer mit den Figuren mitfiebern und mitfühlen können. Aliens Die Rückkehr ist auch als Kommentar auf gesellschaftliche Themen zu interpretieren. Der Film beinhaltet Themen wie Mutterschaft, Weiblichkeit und Familienstrukturen auf metaphorischer Weise durch das Verhältnis von Ripley zur Alienkönigin. Ripley wird sowohl als schützende Mutterfigur für das junge Mädchen Newt als auch als kämpferische Kriegerin dargestellt, die bereit ist, alles zu opfern, um das Böse zu besiegen. Insgesamt ist Aliens Die Rückkehr ein Meisterwerk des Science-Fiction-Genres, das bis heute als einer der besten Filme seiner Art gilt. Die Mischung aus actiongeladenen Szenen, erschreckenden Horrorelementen und tiefgründiger Charakterentwicklung hat den Film zu einem zeitlosen Klassiker gemacht, der auch nach über 30 Jahren noch einflussreich ist. Die Produktion des Filmes hatte jedoch auch ihre Herausforderung. James Cameron war zunächst skeptisch, die Fortsetzung von Aliens zu übernehmen, da er sich vor den hohen Erwartungen fürchtete. Die Dreharbeiten waren anspruchsvoll und dauerten fast ein ganzes Jahr. Sigourney Weaver trainierte intensiv mit Waffen und lernte, wie man einen Flammenwerfer benutzt, um sich auf die Action-Szenen vorzubereiten. Eine weitere Herausforderung war die animatronische Alienkönigin, die von Stan Winston und seinem Team entworfen und gebaut wurde. Die Kreatur war so komplex, dass mehrere Puppenspieler benötigt wurden, um sie zu steuern. Trotzdem war die Zusammenarbeit mit der Animatronik nicht immer einfach, da sie manchmal versagte und nicht wie geplant funktionierte. Ein weiteres Problem während der Produktion war die Unzufriedenheit einiger Darsteller mit ihren Rollen. Michael Biehn, der Corporal Hick spielte, beschwerte sich zum Beispiel über die begrenzte Screentime und die undeutliche Charakterentwicklung seiner Figur. Er argumentierte, dass seine Rolle im Drehbuch nicht genug Tiefe hatte und forderte mehr Szenen, um seinen Charakter besser zu entwickeln. Trotz dieser Herausforderung gelang es James Cameron einen hochspannenden um visuell beeindruckenden Film zu schaffen, der den Erwartungen gerecht wurde und sowohl von Kritikern als auch vom Publikum gefeiert wurde. Aliens Die Rückkehr wurde zu einem kulturellen Phänomen und etablierte sich als einflussreicher Meilenstein des Science-Fiction-Genres. In den Jahren nach der Veröffentlichung wurde Aliens zu einem Franchise mit Videospielen, Comics und Romanen. Sigourney Vivo kehrte für weitere Fortsetzungen zurück und spielte Aaron Ripley in Alien 3 und Alien Die Wiedergeburt. Sie wurde zu einer der bekanntesten und beliebtesten Figuren im Science-Fiction-Genre und bleibt bis heute eine Ikone des Actionfilms. Insgesamt hat der Film einen nachhaltigen Einfluss auf die Filmindustrie und das Science-Fiction-Genre gehabt. Der Film setzte neue Standards für visuelle Effekte, Charakterentwicklung und Inszenierung und hat zahlreiche Filme und Regisseure beeinflusst. Aliens Die Rückkehr wird auch heute noch von Fans und Kritikern als einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten angesehen und hat seinen Platz in der Popkultur fest etabliert. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse, lasst gerne ein Abo oder Like da, vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao!